Ey, boah, siehst du diesen krassen Song hier? Hör dir mal an. Ah, nicht der wieder. Oh, scheiße. Was hat der denn gemacht? Jedes Mal Skandal, es ist kein Adroskandal. Ich will nicht von diesem Typen, der ist asozial. Aha. Warum hab ich nie was davon gehört? Ja, keine Ahnung. Woher soll ich denn das wissen, Lan? Kann das sein, dass du hier Gerüchte erfindest? Nein, 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 nein. Der Typ, diese Musik, ist nicht für mich. Jeder hat seine eigene Meinung. Gesang. Junge, ey. Das war schlecht, das war übel schlecht. Das hat so angehört, als hätte ein Hund irgendwas in den Arsch geschoben gekriegt. Verstehst du mich? Wenn du, wenn, wenn du zu Dings, ey, DsS singst, Dieter wird direkt sagen, ah, geh weg. Wir brauchen keine, keine, keine Katze. Aber, 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 du kannst es immer weiter schaffen. Okay, sing du jetzt mal. Sing du jetzt mal. Du kannst, du kannst ja angeblich besser, dann sing du doch mal. Mach, 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 sing. Tonsen. Tonsen. Er soll selber versuchen. Das kommt davon, wenn du ein Hater bist. So was passiert, wenn du ein Hater bist, ja? Immer, immer hatest du mich. Und dann tust du jetzt so aufrichtig. Michael Jackson, der jetzt muss. Und bricht dir was, ja. Hast du verdient. Jetzt geh holen, Mann. Geh holen, Mann. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Geh, geh. Geh nach Hause. Tschüss. Geh nach Hause. 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 Vielen Dank.